hallo da bin ich wieder ja wie man vielleicht gleich sehen wird läuft diese schlacht schon seit ich habe in der letzten aufnahme geguckt ganz so ganz so genau konnte ich jetzt nicht sehen ob es daran lag dass die frame rate von OPS auf 30 bekannt war zum aufnehmen oder nicht aber wenn dem nicht so ist dass es daran liegt dass mein computer nicht ganz die rechenleistung dafür aufbringen kann weil das spiel läuft mit 60 das aufnahmeprogramm ist nur die hälfte auf keine ahnung auf jeden fall ich habe jetzt OPS auf 60 fps gestellt hier bin ich mal wieder und hier bin ich mal blau und ja OPS ist 60 das spiel ist 60 die auflösung ist genau die gleiche mal gucken wie es jetzt läuft hier sind ja hier sind die plätze leer alle voll meine ich okay mal gucken wie die flüssigkeit sein wird nein ach komm es hat geleckt es hat geleckt was ist jetzt passiert es hat für eine sekunde geleckt was bin da eingefahren oh ich bin doch nur über den holzding gesprungen das war das zelt das zelt kann man auch natürlich nicht reparieren ach komm ey ihr habt doch geblockt hilfe ich glaube diese stadt ist auch fast wieder vorbei oder hm doch mein schwert ach da es leckt okay ja okay es ist das system es kommt nicht hinterher schade nein au okay 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 jetzt haben wir da nur noch ein zelt gehabt okay 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 das ging ja schon wieder so schnell okay nehmen wir mal diesmal ein tor ja mal gucken wie das sein wird auf jeden fall obs und 60 fps das funktioniert nicht wie ich dann auch sei ich glaube die folge muss ich jetzt wieder irgendwo ran schneiden mal gucken ob ich dann einen unterschied in der karte qualität bemerkt aber ja dann fürs zuschauen bis zum nächsten mal vor allem gut und gute nacht